ja willkommen zurück wir sind immer noch in der prüfung beziehungsweise trainings parkour hier und es lutscht die klinge zieht durch die luft naja so baut man halt die punkte auf man kann dann die combo auslösen ok noch fünf feinde steuern lässt sich das spiel eigentlich super muss ich echt sagen hier ist nicht locker von der hand und es sieht echt gut aus für ein spiel von 2012 was jetzt nicht so alt ist aber gut das ist wahnsinnig schnell muss man ja wirklich auch sagen da kommt noch einer abgefackelt hier das war's und weiter geht's ok ich kann jetzt zu fliegenden feinden wegschnetzeln wenn wir da oben rumfliegen da ist noch eine barriere also da ist noch ein gegner schlitz schlitz und weg noch mal weiter am text was das wohl ist gute frage gehen wir mal hin bist du hier um durch das portal zu treten das kommt drauf an wo es mich hinführt der weg hat keine klaren grenzen nur die portale weisen die richtung dieses portal ist die einzige option für dich ich verstehe das nicht hat das irgendwas mit dem schatz im drachentempel zu tun der weg ist der wahre schatz von dragon land und er endet am drachentempel dort wirst du zu dir und zu wahrer macht finden mach dich bereit denn es ist zeit mit der aufgabe zu beginnen es ist eine prüfung gut dass wir jetzt zu den gegnern fliegen können beziehungsweise hinbrechen anders anders würden wir ihn jetzt gar nicht schaffen ganz schön hektisch zuerst müssen die stummelärmchen weg da haben wir den ersten schon und der zweite so und jetzt geben wir ihm einfach ein paar um pelz na da legt es ihn schon nieder da legt es ihn schon nieder naja ich hab ihn noch ups scheiß joypad und er liegt schon wieder auf der schnauze er hat sie zu wissen im wahrsten Sinne des wortes und das ski fliegt uns zu herrlich ja gut da stehen ein haufen kisten und gerümpel rum auch das wollen wir uns nicht entgehen lassen wenn wir mal ein paar leere kisten öffnen und leere krüge ok ok schön dich wieder zu sehen wie heißt du überhaupt ich bin der geist des drachen danke dass du mich befreit hast ich stehe tief in deiner schuld und was führt dich hierher? ich weiß warum du hier bist du brauchst dazu meine Hilfe ich kenne die Insel gut ich kann dir helfen zu finden wonach du suchst wirklich? hast du zufällig irgendwo einen kräftigen Mann gesehen? du musst von deinem partner Zero sprechen ja weißt du was mit ihm ist? tut mir leid ich hab nur mitgehört wie du am altar von ihm sprachst hast du mich belauscht? ich glaub nicht dass du mir helfen kannst hast du mich belauscht? nur nicht so voreilig ohne mich wärst du nie lebend aus der Höhle heraus gekommen du hast mich also gerettet? wie hast du das gemacht? es ist leichter wenn ich es dir zeige statt es zu erklären also möchtest du dieses portal öffnen? hm klar versuchen wir's hm 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 wollen wir mal schauen ok ich muss also zwei äh Schalter gleichzeitig auslösen ganz rechts damit kannst du an mehreren Orten gleichzeitig sein sag ich doch woher kommt diese Fähigkeit? es liegt an Dragonland hier erwachen unsere Urinstinkte und das Wissen unserer Vorväter es schlummert alles in uns selbst wir wissen mehr als wir glauben wir wissen mehr als wir glauben ok gut das portal ist offen geh hinein wir treffen uns auf der anderen Seite wow wow diese Magie macht mich noch verrückt um mich erst um uns die Kiste noch ja ja wir haben den Level hinter uns geschafft der Altar also hallo hallo ja ok wir sind in der nächsten Welt sag ich mal im nächsten Level und dann werden wir hier jetzt schon mal ein wenig schluss machen und würde ich sagen bevor wir weiter machen weiter gehen machen wir hier erstmal Feierabend und sehen wir uns das nächste Mal wieder vorher genießen wir noch ein wenig diese hübsche junge Frau in ihren hochhackigen Schuhen mit ihren spitzen Schwertern in dieser unwirklichen Gegend auch wenn diese Folge nun ein wenig kurz war sag ich mal bis morgen bye bye bis dann bis dann That'll gull bis dann so o w 1 auf Musik 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 Musik